So, den Job erfritt man auf P. Ja okay, ich wollte halt die ganze Zeit G drücken und es ging nicht. Aha. So, herzlich willkommen zu Troll the Meter. Oh, die fuck. Wie geht das? ARON! Ja, okay. Toxic. Komm halt nicht drauf klagern. Zu Troll the Meter. Sagte ich glaube ich schon mal. Ich werd dir abgelegen von dem... Ey, du bist so ein Stück Scheiße. Okay. So, wir spielen übrigens Troll the Meter. Ich weiß nicht, wie sagte ich das schon mal? Keine Ahnung. Einmal glaub ich. Ja, ein, zwei, ja. Äh... Ich werd zu viel. Erstmal haben wir den Captain. Wo ist der Captain? Was, das da oben? Den, was? Was ist wo? Seit wann gibt's die Timer da oben? Welche Timer? Im... Im... Hä, die hab ich nicht. Alter, mit Tapp. Oh! Oh, ich bin blöd. Oh, wo ist Tapp? Oh, Alter! Ist irgendwas anderes noch neu? Äh, ja, ein paar Changes. Aber... Das ist jetzt alles egal. Ein paar Changes sind neu. Danke. Ja, ich kann auch nicht dafür, dass du Scheiße bist. Ja, okay. Ich küsse aber doch kurz. Okay, ähm... Wir spülen übrigens Troll the Meter. Tauschen wir? Ne. Ja, äh... Wir haben den... Xan-Meister in der Mitte. Ja. Ja. Äh... Voll AP Sechspieler. Ja, Arsch. Äh... Das ist halt wieder Toxic, auch nicht. Was haben wir denn? Den Captain mit Support AP Warwick. Jungle Broom von einem Abonnenten Blue Star. Hallo. Hallo. Äh, und dann haben wir noch AD Carry Fiddlesticks von HD Messer, auch ein Subscriber. Ja, moin! Bitte ändere deinen Namen. Er ist ekel. Er ist richtig ekel. Ja... Ich weiß jetzt nicht, ob ich das sagte. Ich werde die ganze Zeit aus dem Konzept gemacht von seinem Kankerraum. Ähm... Ey, Benno. Danke. Ich spiel... Praxadong. Kein Problem. Ich glaub, dazu kommst du nicht. Da hat Rango was dagegen. Na... Oh. It's Rango. Hä, wurde Rango... Hä, wurde... Dings Passiv nicht geändert von Zack? Ja. Ey, siehste! Da... Geht man! Hä? Holy... 30 Frames sind echt geil! Pfff... Das bohrt voll, oder? Und Benno, ist dein PC schon gecrasht? Deine Mutter ist gecrasht. Oho. Woah... Das ist die Haupte war heute... Unpös. Ich bin wahrlich entschückt... Wenn dann die weiter, sein... Scheißter auf mich schießt, ne, dann geh ich auf K. Ja, ist so... Ja, ne... Ja, es ist halt wirklich. Also Sünder hat ja wieder Krebs. Übrigens, ey, die Philistiks kann richtig gut pushen. Nicht. Meine Shoubles machen kein Damage. Ich muss so hochstehen. Ja, es liegt vielleicht einmal 0 AP, aber darum geht's nicht. Geht's halt wirklich nicht. Aber was ist 0 AP? Ich hab Tanky-Ding in Sachen drin. Du musst Tanker-Donger? Ja, Proxy-Donger halt, aber... Ich weiß nicht, wie ich Proxy noch mit Tank kombinieren kann. Pranker-Donger, ne. Pranker-Donger? Klingt ja schwul. Du klingst schwul. Haha, war irgendwie offensichtlich, dass das kommt? Ja. Gag mal bitte, bitte. Ja, okay. Toll. Ich klatsch dich! Awww. Wenn du halt mal Teleport bereit. Immer. Oh. 1 Sekunden, dann kann ich wieder jumpen. Ja, ich hab's gerade ausprobiert einfach abgebrochen auszusehen. Holy. Das hält echt nicht mein Schiff. Hast du wieder, oder? Ja. Digga, ich geb ihm halt, ne? Er kann halt nix machen mit mich. Los! Boah. Wir haben wir. Ja, Flash, ho. Holy. Oh Gott. Okay, Flaschen ist heute nicht. Heute nicht. Heute sind keine Imba-Flashes. Okay. Ich geh nochmal drauf, ne? 3 Sekunden hab ich wieder. Oh, nee! Wieso? Du hast doch noch kein Tod. Hahaha. Oh Gott. Boah. Der heilt sich! Öh. Er hat den besten Phyllis-Phyllis-Phyllis-Kent. Na, war wo auf, ne? Party? Ja. Hä? Seit wann... Ja, das ist halt... Boah. Hatt ich nicht mal 60 für eben so dem Spiel. Hahaha. Hatt ich ja, ne? Äh... Kann ich dir nicht sagen. Na, dann hast du schon mal 60... 60 Frames. Digga, ich leg grad auch mit 60 Frames. Boah! Voll die Lütze! Ich weiß auch nicht, mein PC ist vorhin beim Yu-Gi-Oh! Dingens gecrasht, aber... Bei was? Yu-Gi-Oh! Auf PC, Dawn of the Era. Naja, das ist... Damals ist mein PC eben gecrasht. Habt ihr mich nicht geblamed, weil ich das nicht kannte? Weil du Yu-Gi-Oh! nicht kennst. Ja. Gut möglich, ja. Gut möglich. Alter, hier ist so ne kleine Fliege, ne? Wie ist es schlimmer? Ok, er heilt sich halt wieder. Ich glaub, wir können langsamer angreifen dann. Ich geh back und komm nimmer auf Bock rein. Also ihr seid Warwick und Fil-Sticks, ihr könnt nicht langgreifen. Vielleicht mit Level 6, wenn ihr Glück habt. Lass ja mal diven, Alter. Mir ist halt egal, dass er seine Possible hat. Oh, das ist so hardcore. Ich hab halt meine eigene. Boah, wir hatten der... Oh, hab er noch eins. Teleporte. Oh, hier ist ein Rango. Oh, shit. Okay, Rango. Okay, Rango geht wieder. Guck mal so ne Turret-Wall hier. Die alle kann damage machen. Oh, falsche Richtung gejumpt. Digga, wenn ich mal seine passive runterkriegen könnte, ne? Wär geil, oder? So ungefähr. Ja. Der Rango, den hab ich kaum gesehen. Das wär gut. Eigentlich. Ihr habt jetzt richtig gepusht. Lass nochmal mit, du Gang. Yes! Deine Turrets, ich wollt schon sagen, machen gar keinen Schaden. Komm, komm, bös! Warte, warte, warte. Was brauch ich nochmal? Wir haben die, Alter, wir haben die. Scheiße. Brauch ich Haunting-Guys? Haunting-Guys ist gut, ne? Go, go, go! Ja, Haunting-Guys brauch ich. Oder hier ist es. Boah, mein Crew macht schon zu viel Schaden. Wär geil gewesen, hättest du getroffen, aber ich glaub, die haben die trotzdem. Weiß das, weiß das, weiß das, weiß das. Und wir poken die schon so weg, du. Ja. Und auf Level 6 ist die wieder tot. Äh, gab es nicht mehr, Alter. Außer die kickt dich weg und das ist so. Wenn ich Ulti mache, dann ist es vorbei für die. Ja, am besten auf Rain. Digga, mein, 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 mein Kussball macht voll den Dämmer. Ich achte erstmal darauf, wer das Schild bekommt dann. Ja, aber die Rain kann nicht hier wegkicken. Egal, auf wen ich mache, die sterben beide. Ja. Warte, ich werde mal kurz Warden. Warte, ich werde mal kurz Warden. Ich bin klar, die Carry. Ja, denkst du, ich kaufe Rewards? Warum nicht? Es ist... Schon eigentlich, ja. ...Puzzle, was willst du? Man! Die sind zu schnell für mich. Lass die noch, noch. Lass die noch, noch. Lass die noch mal killen. Warte, 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 warte. Warte, warte, warte. Komm einfach wieder von da. Ich glaub ich hab diesmal sogar Ulti. Wenn du hast du passive. Äh, du hast, hast du Telefon? Ja. Ey, wenn, kann ich dann Ulti interrupten mit meiner Knie? Und, go! Oh, fuck. Na, Nido. Mh, ne. Glaub nicht. Oh, ne, hab meine Q gefehlt. Und... Also schon wieder. Das ist ja so bad, na. Ja, das dritte meinte, dass er eine Q gefehlt hat. Oh, die. Ne, diesmal sowas ist richtig, richtig. Ups. Ich bin 6. Okay. So hörst du dich an. Nein, ich bin 15. Ich werd noch in diesem Jahr 16 erstaunen, ne? Boah, ich werde... Ich tue an 19. Äh... Los, 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 los! Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Okay, also, sorry, aber... Er hat sich halt ehrlich gesagt. Okay, geht! Also, Vane ist geflasht. Going hard for the proxy. Den, den, den. So hard for the proxy. Den, den, den. Also, Rango war botlane. Und proxert auch mal. Oh, Gott. Er proxert. Der wird nur größer mit mehr Leben. Also, der kriegt nicht mehr HP oder so, ne? Der wird nur größer. Ja, doch. Du wirst 4000 Leben mit der größer. Ja. Also, Rango war ja grad botlane. Ähm, ja. Haben wir gemerkt. Ich glaub, ich kauf mir Solz die da gleich nochmal. Das ist bestimmt geil. Du stehst schon 1-0? Ja, nochmal. Ich wurde halt gegankt. Äh, der ist richtig. Krieg ich die, krieg die Dinger? Ja. Kannst du halt in der Zeit noch? Pushe noch kurz raus, oder? Ich glaub, die kriegt grad Blue. Dann lässt sich toplane kommt bei dir. Äh. Äh. Ja. Kannst du das? Hahaha. Sie wirft mit meinem Mega Turtles her. Ja. Macht der auch Mega Damage dann, oder? Ja. Ja. Ja gut. Ich hab in 10 Sekunden Ulti. Ich bin auf jeden Fall der schnellste Jungler. Der W-Spa bekommt jetzt Blue. Der W-Spa bekommt jetzt Blue. Wenn man die Dinger einsammelt. Eine Sekunde pro Blob. Wir können auf die rauf gehen. Los, 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 komm. Das ist gar nicht schlecht. Hat der Ulti benutzt toplane? Ja. Wenn du hast, du teleponest. Ja. Ich hab mich gar nicht auf die land teleportiert. Papa. Wie können sie nicht? Was? Die hat wieder flash, ne? Konnte ihn grad einfach nicht. Könnt ihr mal hard pushen die ganze Zeit, oder so? Machen wir. Hast du Ulti? Ich hab Angst. Ja. Einfach weiter. Mach einfach gleich, hier gleich irgendwie. Mach am besten zuerst. Oh, ich glaub die ist sie. Erstmal einen Towershot. Pushen wir. Hilfe. Gießt sogar meine Lane. Jump zu mir rüber. Meins! Jump zu mir rüber. Jump zu mir rüber. Jump zu mir rüber. Jump zu mir. Was kannst du eigentlich? Alter. Hm, shit. Hm, shit. Hm. Oh. Ich würde sonst wieder back in. Ich hab Vampiric. Ja, geh mal back lieber. Glaub ich... Sollte ich auf AE gehen, oder? Ist noch Ulti ab? Äh, Passive? Ja, ja, ja. Soll ich rein, soll ich rein? Teleport. Ich hab kein Teleport ab. Das weißt du, ne? Ja gut. Ja gut. Ja gut. Mag ich nicht, Benno. Ja gut, so was passiert mal, ne? So eine Sekunde davor, ich hab kein Teleport, ne? Also du steckst ja gerade jemand an mit Microt. Äh, äh... Sintra Flash out. Äh, Wolf? Na gut, Benno. So hätten wir vielleicht ein bisschen besser reden können, aber... Pfff. Die Kommunikation war nicht perfekt, aber ich find das war ein Anfang. Sie war nicht perfekt, aber sie war vorhanden. Das kann doch besser werden. Ey. Echt so. Also... Ich mein, scheiß drauf, ne? Ich mein... So ein Teleport ist relativ unwichtig eigentlich, ne? Ich mein... Eben. Egal. Ich mein, du hättest auch ihn blenden können, aber... Nein, nein, du würdest halt den Killer ab, ne? Kann ich nachvollziehen. Pssst. Ja, ist ja okay, ne? Ja. Ist auch. Ich bin ja nur gestorbene Huren, so. Ich hab wieder Ulti ready. Okay. Ich hab auch Ulti. Ich mein, wir könnten reinspringen, ja? Das ist ein Wortwurz. Oho. Der, der AD Carry Fiddle hat Ulti. Ja, ist gut. Das läuft. Ey, das ist auch A-Uli. Mach du das gut, Alter. Never ever fünftehn. Ja. 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 Viel Glück. Viel Glück. Counter Dunglesack. Wenn du hast jetzt den... Oh Gott! Ren und dein Leben! Ich auch nicht. Ich hab auch keine Passiv. SS! Neiii! Kannst du nicht einfach mal mit durchpushen in der Mitte? Wenn dir die ganze Zeit rum geht. GG! No SS Midlane! Ah, Mann, Aron. Ja, es hält Worf. Ich hab dir einen Geister. Ich hab' nicht recall'n Worf. Ich komm' mit. Erstmal... DfG. Sie wollen, Dragon! Das ist ein Pentakill! Aber du weißt, was ein Pentakill ist. Na, ich sterbe. Die Vayne und Morgana kommen auf. Wuhuuu! Wurf, wurf, wurf. Getscham! Wow. Öh. Wär das vielleicht zu uns laufen sein? Ja, passt ja, ne? Also, bitte. Ja, also... Hab sie gestoppt, das war Wurf. Phil hat noch Ulti? Jaaa. So, jetzt ist das wichtigste Item ist, Mejais. Gehen wir rein. Ich hab' irgendwie alles ein bisschen angekauft. Gut. Jetzt find' ich mal meine Items. Nein, mein... Digga, ich hab' sogar... Wenn ich in den Jungle gucke, wo nichts bewegt wird sich, Fred. Da ist irgendwas falsch. Ich optimiere hier mein, äh... Mein Proxxer-Donger. Ist dein Donger-Dreik schon perfekt? Nein, Digga, das ist einfach nur so'n Donger-Punkt. Okay, okay. Ist eigentlich auch gut, ne. Was ist das? Ohhhh... Du und das holst Sneaky eigentlich. Da ist jetzt die Tone, der ist so. Sneaky! Oh Gott. Ja, äh, wollen wir die fighten? Gib mal auf die Morgana. Warte. Miss. Ben, du bist ja sowas von toll. Okay, ähm. Jetzt ist natürlich blöd, wenn du missest. Hm, hm, hm. Ähm, mach mal deine Ulti in die Richtung, wenn ich jetzt sage. Das ist wieder. Jetzt. Osoba. An enemy has been slain. Eck. BOTS! Nimm Gart! Du kannst nichts hier, du hast keine Furt. Eie, die macht Schaden, Alter. Wie snitch ist das? Digga, mein Proxodonger, der ist so sneaky. Hast du, äh, kannst du hier vier? Ja, klar. AAH! Na klar, SS, ne? Vier sie vier sie und greif an! Ja, sie kommt heute schon wieder, Blue! Wie accessen nicht. Oh, oh, oh God, dann ist der Typ Pisser bei mir jetzt. Ey, ich komm botten, das ist ein Fliegen. Hilfe! Benno! Du bist, mit Drona bist du. Ey, ich brauch die Kling. Ey! Wehohohohoho- Wir ham geborretern! Nix, könnt ihr niix. Ja. Anzuz救 einem Jaa Jaa, aber gegen Syndra, die burstet mich richtig aus dem Leben. Glatsche weg Okay welch du das sagst, dann Willme mal in der Mitte? Jaiiich bin mal hier Exhaust Rinnstolen Hast du noch Ulti? Ich vielleicht schon drauf. Wenn die jetzt hier reinkommt, ich ulti sie. Jetzt! Oh nein! Benno Telefon, Benno Telefon! Nein, sie hat vorher das gemacht! Tank halt weiter, tank halt weiter! Okay, das Plankshit habe ich nicht kommen sehen. Tank halt weiter! Was hat Tank? Interessante Peste vergessen, sorry. Achso, hm. Also Benno Telefon, ja. Ich glaube, sie sollten mal weggehen. Und er bekommt dann noch den Kiel! Scheiße! Das ist mir jetzt erst aufgefallen. Die bekommt der Tank noch in den Kiel. Ach so, Unlucky. Den Arti-Tank, ja? Ey, ich hab jetzt schon mein neues Bild im Auge, ne? So, einfach mal so... Essence Reaver? Boots, ne? Mit, äh, Sentry beim Blood First und, äh, Star Ticks und so. Und alles, was da dann um hier. Ja, was, was, was mit Boots und was, 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 was? Berserker Breeze und so. Aha, und jetzt? Und ja, das Bild halt wie, oh, ah, die Fiddle. Das ist ein normales Bild. Halt, dass du schlecht bist und immer noch Bloodjuster First kommst, mit Fiddle. Der hat keinen einzigen Arturay-Shirt. Ja, PC ist ein. Das ist Treuse-Meter hier! Ja, aber wir werden trotzdem gewinnen. Hallo? Ja, echt? Davon hab ich auch noch nie zu sehen. Dass wir gewinnen, Treuse-Meter. Ja, er hat ja gesagt, er will, äh, ihr wollt. Wow. Davon, spring mal! Nö. Nicht für dich. Ach, kommt schon! Lass mal rein da. Lass mal aufm Alter. Fünf Sekunden. Oh, geile Blackshirt ist weg! Was macht ihr eigentlich, wenn da mal drei Top sind? So, was macht ihr in der Zeit so? Bisschen chill? Ja? Schön. Ja. Die Farben ist in der Mitte. Gott. Geh mal weg, ey. So bad! Er hat beide ziemlich keinen Engage. Go, go, go. Ziemlich keinen Engage. Oh. Richtig passiert, ey. Die ist tot, die ist tot. Hey! V-Jiles, V-Jiles, ey! Manni, Manni! Ich bin hier, ähm... V-Jiles war halt richtig. Wurf. Lass mal Diven, Alter. Hm. Lass mal Diven. Ich hab noch keine Ulti-Ready. Rein da, rein da. HL-Jiles, E-F-Jiles, 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 F-Jiles, E-F-Jiles-E-F-Jiles-D-G-G-G-G! Erst mal nie, nee, 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 nee! Kommt doch! Irgendwann schaffen wir das mit Teleport, ne? Ja ja! Abzuteleport? Nein. Sonst würde er wohl nicht laufen! Mach halt bitte mal nicht auf die Leight. Das ist halt der einzige Bestand in unseres Planes. Du bist Planabius, Rengo! RENNN! Ach, der wollte nicht! Lass mal Mitte-Gang, ich brauch mehr G-Stacks! Du Bube! Ich hab in 10 Sekunden... Hart und Gage! Gage! Hart und Gage auf Mitte! Die kommt, die sind dran, ne? Ja, bleib halt hier! Warte, komm in die Mitte-Gang! Da ist sie! Easy-Kills! Da geh ich ja nicht rein! Oh, du warst in Damage, der frisst Rennen da, bitte weg! Kannst du eigentlich! Jetzt gib mir, gib mir, gib mir! Oh, du hast keine... Geh mal hier rein, geh mal hier rein! Wenn die kommen, dann ulte sie und du ulterst! Okay, warte! Okay... Okay... Warte, ulte, ulte! Ja, komm! Oh! Ich kann nicht ulten! Keep going, keep going, keep going! Oh, ne Witze, ne? Oh, diese Pace! Ich hasse... Mogada! Oh! 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 Was! 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 Na, wo ist das? Ach, die hat auch noch Flasch! Scheiße! Ah! Ah! Ey, warum hat der denn schon? Hallo, Arthrocks! Ja! Dann ulti, ne? Sehr useful! Ja, das kann nichts dafür, wenn die jemanden genau in dem Moment Black Shield macht! Ja, warst du eigentlich dafür, wenn meine Ulti falsch getimt ist. Warst du eigentlich dafür? War nicht falsch getimt? Nö, nö, nö. Die war perfektes Black Shield. Du wolltest jetzt Black Shield. Taktik. Also, das Black Shield war schon so eine Sekunde drauf drin, ne? Warte, gib doch einfach zu, ne? Nein. 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 Jetzt zweimal, nicht mal eine Sekunde vorher Black Shield gemacht, da kann ich nicht recht. Ja, ist ja nicht schlimm. Komm, bitte geh. Please. Brauch die Stacks. Oh mein Gott. Alter, hol dir DFG, dann kannst du einfach im Sprung DFG machen und die... Ja, pass auf, was in meine Items? Ja, noch kein DFG. Ja, aber fast. Ja, aber du hast es noch nicht. Ey, äh, Typ, ne? Der macht mich fertig. Renga kommt schon wieder zu mir. Ja, Lotte. Die Flasht einfach. Will jemand Klär? Pass auf, klär die mal. Ja, ich komm da nicht ran. Wow. Dann KPT. Ja, frisch halt. Oh mein. Ja, ich hole mir halt DFG. Ja. Okay, mach halt Ulti. Mach halt Ulti, siehst du! SS! Ey, pass auf. Organo. Ist auf dem Weg. Auf dem Weg. Ey, das war so ein Freekip, Pascal. Falt Ulti für Vayngraft. Scheiße, die anderen. Ohohohoho. Ohohoho! Hilfe, 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 Hilfe! Nein! Ja, ist am Kill. Warten und... Oh je... Loil. Haa, passive Bitch. Puzzle! Go! Ich will nicht sterben! Bleib an! Greif an! Puzzle war halt nur CC'd! Ja, ich hast den Hattrubs. Kann ich eigentlich die Tür, wenn ich ihn hasse? So, jetzt erstmal noch Sonja's, ne? Holy shit, Alter. Kann mich einfach nicht auf Puzzle... Benno, hattest du Teleport? Oder warst du tot? War tot und hatte keinen Teleport. Ey Benno, okay, jetzt hab ich keine Passive. Nächstes Mal, ne? Nächstes Mal. Ja, nächstes Mal, ohne Witz. Da machen wir's. Wie schön ist ne? Wenn du die Items... Die sind einfach real. Meine? Ja man, die sind richtig real. Meine ist das Item Sunfire. Ja. Dazu muss das auch, ne? Ich bleib irgendwie bei 4 Stacks konstant. Ist gut. Ich glaub ab 8 lohnt sich das erst. Vom Goldtail. Aber für mich ist das kein Problem, ne? Ich hab jetzt sehr tiefgeen, ne? Jetzt, jetzt, jetzt kriegen's. Oh. Er ist mir zu tanky inzwischen. Spiel voll AD. Er ist mir zu tanky. Ist er halt leider wirklich. Okay, die Syndra ist gut. Also, kommen wir bitte ganken. Warte, ich muss noch diesen... einen Geist hier machen. Ha. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Lass die halt gehen. Oh! 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 Yes! Ja, ein 4 ist auch nicht drin. Das ist ein... Warum hast du nicht gefeiert? Hä? Warum hast du nicht gefeiert? Ich habe nicht gefeiert, aber die hatte spellsteilt. Aber das war doch total lange drauf. Hm? Egal. Willst du Ulti machen einfach? Dann ist's gut. Wenn du range bist, mach einfach Ulti, die ist tot. Hm 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 hm. Sicher? Ja. Komm doch, Atrox 101. Mach einfach trotzdem Ulti auf sie, holi. Oh, da ist ne Vayne. Nö. Jetzt nicht mehr. Komm mal Mitte, Phil. Können wir die hart klären, Alter. Geh mal rein da. Atrox ist miss. Ja, er ist miss. Ey, ich hab's. Das war halt wieder hart. Ich hab Ulti und 7. Men. I'm gonna get that Vayne. Putz 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 putz. Oh. Ups. Ha 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 ha. Ha ha ha. Ha 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 ha. Meins. Plot! Nein! Good job, Benno. So muss das. Wir klären richtig. Aua. Aua! Ja! Deswegen wollte ich auch spielen. Jaa, Puzzeln, eh? Nicht toxik werden. Fick, ist so bitte nicht, wer dich hier grad versucht zu killen. Benno. Und was haben die denn so für damage? A-D 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 A-D... Wenn ich jetzt die Ulten will, dann sind peinlich. Ah ja, genau das. Okay. Wir haben so'n Power-Engage, ne? Mit Viertel, Warwick, Zeg, Heimer. Ja! Der Autotank quasi, der war wie... Mann, ich hätte da ein positives Stats gehabt. Stats? 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 Deutsch! Krips! Wer hier im Deutschen Reich lebt? Kann ich's mal lassen? Sie kommt aber! Und Rengo auch! Da ist der Rengo! Rengo, ey! Geht doch tracken oder so! Ey, der hat schon Magicals ist, Holi. Was'n Triad... Wer geht denn auf Tank mit Renga im Normal, ey? Oh, und die fuck! Ja, kann jemand bitte mitgängen, Holi? Nein, da... Marflin? Ja, genau. Was, Linda? Warte, Klexi ist kein Gang. Das guckt doch noch selber hinaus. Ich gank ja gleich. Hat aber recht, Passe. Abgesehen davon bin ich Supporter und nicht Jungler. Und trotzdem kriegst du! Ja, und? Artox kommt bitte. Hast du Passive ab? Ja. Geil, ich hab Telefon... 35 Sekunden. Dann gehen wir rein, okay? Faser, du gehst rein mit uns. Braum auch. Komm mal, alle... Ist du tot? Ey! Ey! Es ist der Captain, ey! Oh! Er hat das Sehgeta? Ja! 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 Er ist sehr schmerzlich. Okay, Braum, geh mal rein. Ich fahre... Phil auf. Wir geh jetzt da rein. Geh, Bennu. Sei bereit für die Teleport-Plays, okay? Ja, warte, dann sollte ich doch erst noch einen anderen Lanes entenden, so es dazukommen. Nein, nein, nein. Sollte es da stehen. Da zu mir, Paul. Okay, Braum. Warte, ich muss kurz in die Position, ey? Okay. Au! Wow! Rein da! Warte, noch... Egal auf wen. Noch nicht, noch nicht. Ja, ich geh halt nicht als erstes rein, Hobi. Wow. Jetzt eigentlich hab ich's tost. Soll ich da raus. Okay, Bennu, wir gehen als zweit rein. Okay. Ich geh weg. Passe, auf diesen Tower dürfen wir. Passe, geh rein. Was ist noch gut von euch? Go, passe! Einfach ruhig! Ja, ich dachte, er geht rein, ey. 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 Damit du auf A zu sagen, dass du nervt hast. Ey. Da kommt der Vayne. Ey, das nervt voll. Bitch. Komm doch, Vayne. An die Morgana. Passe, lass mal du bei uns. Lass ihn mal knallen. Warum hat die Vayne weniger Farmer als ich? What the fuck, Alter? Mach die Damage. Ich hab knapp 3000 Leben. Ich hab... LOL! What? Der Pascal! What? Der Pascal wird so gefickt. Ich hab's gesehen. Ey. Weißt du Passe auf Ultimo? Syndra gibt einen Fuck drauf. Mach davon E-Spell. Passe, er hängt in der Luft und... Kratzt einfach die Luft und sie läuft weg. Wie? Wie kann man denn? Ey. Sie hat einfach so einen richtigen Fuck auf Passe. Ich geh sie weg. Ich hab so, geh weg von mir, du heutiger Köter. Wie geht denn das? Hast du noch Passe bei Aaron? Ja, Mann. Die da... Bin da eben nicht rein. Sehr gut. Warden up to Baron. Irgendjemand. Die ist... Raum. Du bist grad in der Nähe. Oder Flashern einfach rein und zu checken ob die da sind. Oh Gott. Nice Q. Ja. Die war... Die war calculated. Wo sind die Gegner denn? Lass mal groupen bitte. Wir sollten Nashor machen. Wir haben halt richtig strong teamfights, ja. Lass mal groupen. So ist ich sneaky. Die kommen sofort? Ich hab' noch gar nichts. Ich hab' noch gar nichts. Ja, weil's keinen gibt heute. Ja, ey. Jetzt gehen wir Nashor. Okay, ich geh jetzt back up Sonyas. Ich geh auch weg. Ja, okay. Ich bin jetzt direkt tot. Ich geh splitten, ne? Ich hab' teleport. Ja. Ich geh' in Nashor. Ja, ich sag' dir Bescheid wenn ich rein sag' okay? Ich bin jetzt... Damit du einfach sagen kannst... Ne. Ich bin jetzt Splitpusher-Donger. Bruxher-Donger hat nicht so gut funktioniert. Ja, aber ich gemerkt, du hast da... Kein Tower. Ich hab' nicht mal guten Farms. Jetzt will komm' mal her. Und steh' mal hinten und pull' dir dann rein. Das ist halt super nervig, wenn die Insel immer zu dritt da sind. Sobald man Proxys. Also das ist mein Farm, please. Oh, Rango. Oh, ein Rango. Lass' mal jetzt rein hier. Warte, 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 warte. Benno, bist du rein? Nein. Gott nicht. Junge, der wird geratzt von mir. Oha, Alter. Benno, jetzt. Any day, Benno. Any day. Jetzt, Benno. Lass' einen Korner! Lass' einen Korner! Lass' einen Korner! Ohhhhhhh! Ohhhhh! Puhh! Puhh! Putz! Ich hab' dich halt richtig geschrafft. Alter, die Morgana, die warte, ich warte. Da sind T4, 10, 6. Da sind T4, 10, 6. So much worth, Iholy. Erstmal richtig lachen. Irgendwie nicht überhaupt? Ne, lass mal rennen. Ich glaub Rengo kommt gleich. Rengo ist noch 20 Sekunden tot. Das ist Rengo, Alter. Der kommt immer. Okay, Benno, ich schnatter die noch. No damage. Okay, er geht weg. Dann sollte ich das Whisper oder Black Spree raufbauen. Wow. Yes! Das war nicht Wurf. No, Velo. 42. Black Walk. Ich bin out of mana, ey. Es war halt nicht Wurf, sie noch zu töten. Was, bist du tot? Wow. Vayne hat mich richtig gefilgt. Sie hat doch schon QSS, Alter. Was ist das für ein hässlicher Hurensohn? Er spielt ja mal vorhin, weißt du. Mit dem normalen Bild und dann noch QSS. Spass. 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 Und Rengo. Ich... Waffe, der Flame. Lass mir mal den Blue. Also, sie haben hier gewartet. Ja, lass mir den Blue. Ja, lass dein Team fallen jetzt. Lass mir den Blue. Ja, lass mir den Blue. Lass mir den Blue. Mesma, was ist denn mit dir? Oh, oh. Du bist doch ein Untermensch, ne? Ey, ich bin zu viel zu dem Band. Seine Stimme nervt mich auch schon. Echt so, ey. Ich war eigentlich krank jetzt so. Ich kann sich den Blue einfach. Ich hab ja nicht so, dass ich was gesagt. Klappst du dir erstmal weg, ey. Putz. Putz, putz, putz. Aufs Gesicht. Und die Ultis war strong, du. Jetzt, jetzt, jetzt kommt ihr werdet weg. Ja, passt so, ne? Schön. Rein da, Leute. Du bist perfekt. Stell dich doch vor. Okay. Ich komme. Ah! Nanananananananana! Die ist noch gar nicht tot. Was? Die löst noch! Warte. Wow, ey. Das ist voll arm. Okay. Was war das denn für ein Damage, alter? Sie hat mich nur einmal getroffen, Digga. Das waren 600 Schaden. Passo, mach halt mal bitte nicht Ulti auf Morgana. Das ist echt nicht Wurf. Ja, ich kam halt nicht an nix anderes ran. Achso! Ich brauche halt... Ich brauche halt... Ich brauche halt... Der war ganz vorne. Ja, spar halt Morgana. Ey, bist halt Zepter. Spar halt deinen Ulti, den Syndra oder Diggaane. Hätte halt Ulti machen können. So ein fucking Syndra im Normal-Gang. Können wieder ausrasten, ne? Ey, ich bin Weint, wie schlümehauty. Obwohl die Syndra nicht, geht auch die Eier, ne? Ja, die Weint frisst wenigstens Damage, weißt du? Sie halt auch. Aber ich habe vergessen ihn, als Okay für so einen Ich bin so LEDs konntiert... Hast gedacht, wechselst deine Waffe, wenn du jetzt fast 2 drückst oder? Nein! Ich bin... Seh euch. Sehe euch. Se youtuber euch nicht. Woa, nur noch 8 Specs. Hast du gerade dahin geworden Pση? Ja. Anstatt den Maschern drinnen? Ich weiß ja, dass die keine Neshow machen. Okay. Passe hackt halt. Ja, ich hab grad einen Hager gesehen, der hierhin gelaufen ist, da wie er weggegangen ist. Okay, boss. Okay, Passe, lass mal da pinken. Hat jemand ne rotes denn hier, ne? Scheiß drauf. Passe, ulti sie mal. Das ist weg. So, jetzt nehm ich mir nämlich erstmal den Red Bluff. Habt ihr davon? Ne, ich den, ne? Gib mir den Halt holen. Meiner! Er smited halt richtig bad. Gib also kein Spellsheet mehr. Es ist alle in der Mitte, die haben keinen Engage. Und wenn Morgana Spellsheet drauf ist, einfach richtig hart. Sind wir da eben. Soll ich dann splitten? Mein Telepott ist dann 24 ab. Wie hast du den gefressen? Er frisst halt alles. Los, ich geh splitten. Lass mal Baron rushen. Lass mal Yalan. Lass mal Yalan. Meins, Meinskills, oh oh. Okay, dann stellen wir uns halt hier rein. Wir haben nicht mein Pinkword, aber ist mir egal. Was hier psst. Ich steh mich dahinter, ich kann da reinspringen. Da bin ich wenigstens sicher. Pssst. Passe, komm mal her hier. Ich hol mir die Sünder. Die haben locker gewartet. Die haben gewartet! Ach, ganz ehrlich. Äh. Äh. Aber noch bin ich gar nicht da. Pfff. Ja, es drückt mich halt. Ja, Benno. Benno, Benno. Ich kann grad nicht. Ich war grad dabei. Oh, ich war grad dabei, ey. Hast du dich? Ja, ich war halt dabei zu sterben. Lutscht meine Eier. Untermensch. Ey, ich hasse dich halt, ne. Ich hasse dich halt richtig. Jetzt ist meine Partie. Weitere fünf Minuten nicht ab, ey. Ben, töte dich halt. Renn halt. Sie ist halt weggegangen. Sie kofft sich halt noch mehr mit. Mist, ey. Was ist das denn, Untermensch? Die komm ich jetzt bestimmt noch mit Banshee dröhle. Bane, bitte fließend voll, Lady. Bane, bitte fließend voll. Every from us all is another for me. Backum. Nee, das ist nicht von der Kasse. Das ist von der, von der Orangenen. Ah. The more you, the more you know. Wow. Jetzt was One-Shotten. Vielleicht sind's nur die Geister. Genau. Aber es reicht. Wow, jetzt hab ich kein Wort mehr. Soll ich da einschaffen machen? Ich guck, ob die da sind, ne? Nö. Bin nicht da. Ich glaub, alle. Alle haben magic disease, ey. Alles richtige Krankheit. Ich hab nix zu befürchten. Nein! Geht doch Nesher! Ja, aber unser ADF hat grad auch Wölfe gemacht. Das wär so ein Free Nesher gewesen. Ey, Kauz, dich Brute, da ist... Ja, ich hab gefragt ob du das bist oder das andere oder... Das war voll bad von denen, die kommen einfach zu fünft auf die Botlay um mich zu töten. Das ist traurig. Man hat so easy nasher machen können. Er denkt halt wirklich gut. Platte, äh, Dings. Ich verliere sicher, wer ein wirklich gutes Item wird auf Articary. Auf Articary sowieso. Nein, nein, nein. Eigentlich geh ich immer... Hä, warum redest du? Das hast du getrunken. Na, Algo, ich will gern. Algo, Algo. Ich hab Diefdiefvergust. LOL, du bist richtig so... Kack, lol. Ich hab halt Diefdiefvergust. Wow. Hätt halt gereicht dann, ne? Ja, ich weiß. Wollt mich nicht. Macht mal was. Das Spiel bockt mich halt gar nicht. Geh da rein. Flashen. Er flasht. Yes! Der flasht, was du. Ja, die Vayne ist so bad. Wuff. Ey, die Vayne hat so... Wuff. Die Vayne hat solche Brot-Mechanics, ne? Wuff. Ey, die Vayne-Mechanics tun zu viel in den Orken. Komm, wir warten hier. Hm, weil das sind huge Burster zusammen. Okay, die sind halt da unten, aber... ...wenn Black lieber verred'l. Hier geht richtig. Ho bên. Ho bên, ho bên, ho bên. Ha! Hello. Holen sie dich oder holst du sie? Ab in die Bürsche gegen Rengo. Ja, man. Ja, man. Was war ich sonst lange im Jungle, du Untermensch? Brutalizer, Brutalizer! Hab ich'n Kill? Ne? Hab ich'n Rassist? Geil. Ok, ich klär. Dieses Rango-Build ist so pure Cancer, ne? Der geht halt den... richtig ekelhafte Stückchen. Dreck. Ok, Vayne. Ich hab' noch die Stiefelig. Du bist so scheiße, ne? Hahahaha! Catch me if you can, bitch! Null! Baits! Ahaha! Exhaust! Ignite! Ah, Disrespect! Ahaha! Und der nimmt da hieß ich! Leute, Top-Lane. Das ist Big-Lane. So gut. Leute, Top-Lane. Please. Und dem Paar. Ahaha! Oh! Ahaha! Ahaha! Sie hat Banshee's! Ahaha! Ahaha! Was will ich jetzt machen? Surrender. Ey. Bevor ich sie mit meinen Spells gespielt hab ich noch Autotext. Ey, dann macht man so'n Buff. Soll ich sie mal richtig counter und einfach AD-Sec gehen? Das came halt richtig unexpected jetzt. Wann hast du- No! 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 Hahahaha! Ah! Nee! Ich hätte noch fast die Q drauf bekommen, aber... Aber Aaron, AD-Sec nützt dir nicht wirklich viel. Ja, aber es wäre überraschend. Ja! Aber du brauchst halt trotzdem kein Charme! Wo kommt der Sunderscheiß her? Wow! Okay, Leute. Wir gehen da rein! Ey, was ist da? Voll in Gage! Braumulti! Alles ins Gesicht! Hallo! Dann fragst du mir ne Calls? Hehehehe! Pssst! Nein! Alles ins Gesicht! Alles ins Gesicht! Ich hab kein Flash mehr! Leute! Putz! Putz! Wir finishen! Wir f... Hier! Nimm den! Ach, da ist noch einer, Leute! Hahahaha! Hast du hinterfragst du meine Calls? Hehehehe! Du bist erst 10 Sekunden nach reingegangen! Ach so! Ja, meine Ulti war echt... Ja, ich hab geil! Ja! Das waren nicht deine Calls! Ich bin reingegangen! So, wird das geklärt? Er hat Krebs! Digga, wir finishen das scheiß Game mit! Ja, ist so! Aber ich hab 3000 Gold! Ich muss noch mal kaufen! Und du? Hat jemand Space für G-Vane? Äh, in 10 Sekunden! Was anderes als... Oh, wow! Aber es muss halt ihr... Jemand das Ding da vorher runter machen! Ja, das meinst du! Ja, dabei! Ja, ich seh schon, wie du dabei bist! Ja, ich treff halt nicht, Holy! Sie ist halt out of range! Okay, ich geh weg! Warte, lass mich noch kurz mal einkaufen! Los! Wir haben gewonnen, Bitch! Hey! Ich hab ja schon Voller Bild! Digga, das ist nicht so ein Safe Win! Ja, der hat ja schon Vollbild! Okay, dann finische ich halt! Okay! Wow! Warum bin ich hier nicht weggegangen? Los! Fucking Meters verlieren gegen... Proxxer Donger! Das glüpft so schon doch gar nicht! Voll AP-Sack, der halt richtig Damage macht! Oh, Schnee im Sommer! – –